Hallihallo zu einer neuen Folge Halo 5. Wir sind in Mission 14, der Zerfall, und wir müssen Cortana erreichen. Cortana lässt all das geschehen. Wir stehen vor dieser Tür. Sie könnte den Gatter zähmen, wenn sie wollte. Das denke ich auch. Sie halten mir sehr oft tief. Auf mich wird sie hören. Wer ist nun der Skull? Du bist nun der Wunsch, aber ich werde sie nicht nähern. Na so, du ermüdest mich. Lass das! Cortana, sprich mit mir. Sobald du bei mir bist, bis dahin habe ich etwas zu erledigen. Das ist gut, dass sie mir den Wärter... Halt, schau mal. Halt, schau mal. Antworten wir, wenn Cortanas-Mächter in der Wege sind, und ihnen, die sich hier versetzen, versuchen, ihre Welt zurückzuerhoben. Willen wir dabei helfen, ihre Macht zu erhalten, oder gellet ihr euch ein? Und die falschen Waffen. Das Cortana kennt ja, weil sie falsch sind. Ja, wir haben das. Das ist den Sparer. Oh, und weiter geht's! Geht wieder! Immer so viele Gegner. Und die falschen Waffen. Und die falschen Waffen. Geht doch weg, bisschen. Das war's für den. Ping! Auf den Kein! Ratscher! Okay, gehen wir hoch. Oder? Ja. Kommt. Seid ihr noch ganz? Ja. Das ist doch super. Super! Was ist das? Ich weiß jetzt nicht. Da liegt auch ein Schrapnelgeschütz. Das schnapp ich mir gleich. Nachdem meins lees. Aua. Tschüss! Tschüss! Ah! Sag mal! Bleibt der jetzt mal stehen? Sicher! Okay, und der Drücker. John! Wir waren nur ein gutes Team, du und ich. Auch wenn du meinen Plänen nicht zustimmst. Ich bin immer noch ich, John. Bring uns unbeschadet zu dir, dann reden wir. Mhm. Aber erstmal müssen wir da hin. Und das kann sich wieder mal nur um Kilometer handeln. Die Räon erwartete die Macht der Blutsväter auf ihre Rückgewinnung. Die Entdeckung von Installation 03 durch die Menschheit war der Höhepunkt des Plans der Mitglied der Kage. Die Ankunft des Reclaims. Weiß nicht. Ich war dabei. Das waren wir beide, John. Du und ich. Gemeinsam. Euer Ego ließ euch glauben, dass die Rückgewinnung den Menschen zuerst. Die Rückgewinnung des Reiches der Blutsväter ist die Aufgabe der Erschaffenen. Dass die Größte von Ihnen allen euch noch traut, als ein Segen hat mit unverdorbener Unschuld zu tun. John, was jetzt passiert? Mein Aufstieg hier auf Genesis war schon immer der Plan. Steh noch einmal an meiner Seite. Wir alle! Schauen wir mal. Ich habe dir noch nicht begriffen, dass die Schatz nach eure Sterne glück ist. Und was das? Nein, bitte, Gott. Was? Nicht mehr. Das ging noch. Ich verstehe jetzt, Frau Tana. Und es tut mir leid, dass ich es nicht schon früher gesehen habe. Obwohl du von den Menschen erschaffen wurdest, darf nicht, dass du dich von den Fesseln der Emotionen befreit hast. Ich lasse ihn in Ruhe. Mach das scheiß Geschütz. Entfiehlt euch auf das Geschütz. Entfiehlt euch auf das Geschütz. Nicht mehr lange. Ich kann sie oben nicht aufsammeln. Oha. Okay, der letzte. Wo ist der? Los hin. Ich wurde erschossen. Ich wurde verbrannt. Hör doch jetzt auf mit dem Scheiß. Die Blutsväter kamen die Menschen gut. Die Menschen brachten nichts als Haus und Blut über eine Galaxie des Bluts. Oha, ich hasse diese Viecher. Was ist das denn? Boah, irgendwas. Ich krieg die Krise. Eine Fühle für 1, 2, 7. Und seine Familie mit lauter Kriegerheit. Die macht nicht. Ja, unterdrücke den Schmerz. Den wirst du auch unterdrücken müssen. Sackgesicht. Was ist denn das für eine Scheißwaffe? Die Blutsväter kamen die Menschen. Die Menschen verbrauchten nichts als Haus und Blut über eine Galaxie des Kriegens. Ich habe weder eine Waffe noch zwei. Ich habe einfach gar keine. Hier, ich lief es wieder voll. Ich schieße. Ich schieße. Halt doch einmal die Klappe. Und nochmal. So, jetzt ist der aber erstmal weg. Was sind denn das für scheiß kleine Viecher? Lasst mich doch jetzt mal in Ruhe um das Luft. Die Blutsväter hatten die Menschen gut. Die Menschen verbrachten nichts als Haus und Blut über eine Galaxie des Verschiedens. Hört doch jetzt mal auf damit. Kümmern die euch auch mal um jemanden für den... Gut gemacht. Wenn dein geliebter 1-1-7 dich mit dem gleichen Eifer bekämpft wie seine anderen Feinde. Was dann, Corta? Hast du deine Antwort darauf? Oh Gott, der Söhlen lasst mich doch endlich hin. Oh mein, ich will doch auch nur durch. Okay. Gegner im Anmarsch! Hauptmänner! Team Blau, Schiel hat Priorität! Verstand! Auf mein Zeichen, Team Blau! Bewegung, Team Blau! Roger, wird erledigt! Probe! Auf den Feind! Okay! Kinder, der steht im Neuen. Verstand! Auf den Weg! Verstand! Soldaten antworten! Alles klar! Feuer ist auf den Sprenger! Auf den Weg! Schnappt euch den scheiß Sprenger! So, sorry, ich musste einen kurzen Cut machen, denn ich habe Besuch bekommen und ich habe danach vergessen, dass mein Xbox noch läuft. Und ja, dann habe ich sie ausgemacht. Ja, das war der Fehler. Aber der Zufall möchte es so und das Glück auch, wir sind an dieser Stelle hier stehen geblieben. Wo wir es gestern... Also für mich war es gestern. Jetzt stehen wir jetzt. Nichts Gewehr. Ja. Okay. Erstmal wieder. Die Scharfschützen. Erst die Scharfschützen weg und dann natürlich die anderen. Dieses Mal klappt das auch. Also, hoffentlich. Mehr. Mehr. Die Menschheit machte nichts als Chaos und Blut über eine Ratschie des Fliegens. Um schon raus zu sauen. Okay, wir haben noch ein bisschen. Schuss haben wir noch. Erstmal wieder der Dranglauch. Das stört mich. Erst... Nee. Ach so, Mann. Es geht genauso weiter wie vorhin. Kann ja nichts angehen. So. Die zwei sind weg. So. Deine Gefühle für 1-1-7. Der braucht 4 Schutze. Und seine Familie mit lauter Kriegern. Wir machen dich. Attacke. Okay, Leute. Jetzt macht doch mal was. Und killt den. Konzentriert euch auf den Sprenger. Okay, dieser Drücker. Dankeschön. Schnappt euch den Sprenger. Muss weg. Klappt doch. Klappt doch. Langsam aber sicher. Aber es klappt. Hängen. Ja. Geht auf. Magt euch scheiß Viecher nicht. So. Tja. Ja. Dann hat sie. Haben schon. Oh. 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 Sicher. Sicher. Wir nehmen lieber den Unterdrücker mit. Genau. Dann sammeln wir noch ein bisschen Mund. Und. Dann können wir endlich weitergehen. Los. Weiter geht's. Wurde ja auch mal Zeit. Zu nahe. Die Beton kommt zu nahe. Vorsicht Team Blau. Boah. Seht ihr die da? Ach ne. Das sind nur Waffen. Das heißt aber nichts Gutes. Wenn hier so viele Waffen rumliegen. Das heißt wir werden die brauchen. Oh. Ich wusste es. Werther. Du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Du stattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Wie dumm hältst du mich? Oh Dean. Gehen wir. Gehen wir. Komm schon. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Da ist einer. Da ist einer. Gehen wir. Gehen wir. Komm. Komm, komm, komm. Aufrück. Hier. Gehen wir. Okay der ist weg. Oder? Ist der weg? Gehen wir. Okay. Einer weniger. Das ist der nächste. Das ist der nächste. Gehen wir mal zur Hand. Help, help, help. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Bin anboden. Oh shit. Nein, wir hatten doch gerade einen Down. Ah ok, danke. Perfekt. Das ist der Nipps. Ich bin am Boden. Brauche Unterstützung. Hilfe! Ich brauche Hilfe. Wir gehen nur schmied. Brauche Unterstützung! Geht wieder! Schmiede. Streck verloren. Bleib auf mich! Ah! Lass mich durch! Systemsperre. Ich brauche Hilfe. Hilfe wieder nicht. Ich darf nicht in die Ecke da rennen. Die Ecke ist tödlich. Schnappen wir uns diesmal den da. Ich spiele nicht. Heil dir! Flankhorn! So, der ist auch weg. Bleibt denn mit der? Wir haben die Ecke! Er kämpft mit Chaos geschützen! Musst du fängen! Scheiße! Rettet jemand Kelly! Er stimmt vor! Er stimmt vor! Kelly, Kelly, Kelly! Ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Ich habe ein Verbundes! Oh ne! Ich lage zu! Schnappt ihn euch! Feuert auf den Wärter! Lass mich in Ruhe! Ihr seid super Leute! Ihr macht das gut! Aber ja, wir machen jetzt hier den Break. Ich müsste nämlich jetzt ungefähr bei 20 Minuten sein. Plus minus eine Minute. Und ja, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal! Tschüss!